Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 8. Dezember. Heute dabei Wein, Apple, Xiaomi, Vodafone und Instagram. Beginnen tun wir mit Wein. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch an die Social-Media-Plattform Wein erinnert. Und das war so ein Kurz-Videodienst, wo man die Videos ein paar Sekunden lang in einem Endlos-Loop laufen lassen konnte. Es gab damals auch die ersten Wein-Stars, die damit richtig Kohle gemacht haben. Ein paar Firmen sind drauf angesprungen und da hat Twitter das Ding gekauft. Hat es parallel laufen lassen. Das habe ich auch nie verstanden, anstatt es zu integrieren. Ja, und irgendwann hat Twitter das dann eingestellt. 2017, Anfang des Jahres. Erst soll es komplett weg sein. Dann wurde noch so eine Variante online gestellt, dass man sich seine alten Weins noch angucken konnte. Man konnte sie exportieren und es gibt noch eine Kamera-App. Aber irgendwie, das Thema ist durch. Jetzt aber auf einmal hat sich der Mitgründer Dom Hoffmann zu Wort gemeldet, via Twitter witzigerweise. Und eine Grafik gepostet mit einem V2 und das V geschrieben wie Wein. Und auch die gleichen Farben benutzt. Und jetzt vermuten alle, dass Wein zurückkehrt. Er will da angeblich was Selbstfinanziertes machen. Und ich bin mal gespannt, wenn Wein zurückkommt. Ob die genauso wenig erfolgreich mit viel Hype sind wie vorher. Es wird mich schon wundern und ein richtiger Erfolg wird mich noch mehr wundern. Aber warten wir ab. Wir werden euch auf jeden Fall hier auf dem Laufenden halten. Ein ganz anderes Thema. Apple und Face ID, was ja beim iPhone 10 Sache ist anstelle von Touch ID. Dort gab es ja schon öfters mal die Anfragen, dass man gerne verschiedene Gesichter haben möchte, um beispielsweise sich das Telefon mit einer Partnerin zu teilen oder dem Partner. Weil das konnte man ja mit Touch ID einfach machen, indem man einfach dann beispielsweise seinem Lebenspartner auch das Telefon via Fingerabdruck freigegeben hat. Und nun hat sich Apple Software-Shop Craig Frederini zu Wort gemeldet und hat gesagt, nö, das war auch bei Touch ID eigentlich nie die Intention. Man sollte nur verschiedene Finger nehmen können. Und daher soll das auch nicht für Face ID kommen. Man wird sich das zwar merken, aber das ist nicht der Plan. Also schade oder auch nicht schade, wer sein Telefon gern für sich behalten möchte. Gucken wir einfach mal, was die Zukunft da bringt. Und wenn wir schon bei Apple sind, können wir mal über den großen Rivalen aus China reden. Und zwar Xiaomi. Die machen ja all die Sachen, die auch Apple machen und noch viel mehr. Und unser Jan vom Geek Talk ist ja auch großer Xiaomi-Fan, wenn ich mich recht entsinne. Und Xiaomi war auch mal das wertvollste Start-up der Welt mit 50 Milliarden bewertet. Und die planen jetzt einen Börsengang. Die sprechen mit entsprechenden Banken derzeit. Und nach ersten Gerüchten von Branchenbeobachtern, Vermutungen, soll es ja mindestens mit 50 Milliarden beginnen, wenn nicht gar mit einer Bewertung von 100 Milliarden. Die wollen generell, also Xiaomi will generell Gas geben. Die wollen halt auch Läden aufmachen, ähnlich wieder wie Apple. Ja, und sofort eine ordentliche Zahl rausgehauen. Tausend Stück möchten sie machen. Und bis 2021 soll die Marke umgerechnet 10 Milliarden Dollar Umsatz machen. Ja, stolzer Plan und ich bin gespannt, ob das mit dem Börsengang klappt. Zurück nach Deutschland. Vodafone. Vodafone setzt auf komplette Digitalisierung. Und das bedeutet, Vodafone, also nicht für Mobilfunk, sondern für Kabel, Kabel-Fernsehen, Kabel-Radio, dort wird es ein paar Änderungen geben. Denn Vodafone will jetzt den kompletten Analogzeug für TV und Fernsehen abschalten. So, weil die Frequenzen kann man viel besser für digital nutzen. Und dementsprechend geht es wohl ab Sommer 2018 Schritt für Schritt in allen Regionen in Deutschland voran. Wird ab Januar wohl schon getestet in Düsseldorf. Ne, stimmt gar nicht. In Landshut und Dingolfing. Wo davon kommt das Düsseldorf? Genau, darauf wird es getestet. Und dann, ja, ab Sommer Schicht im Schacht. Kann man so oder so drüber geteilter Meinung sein. Ich finde es prinzipiell eine gute Sache. Digital ist halt auch der Weg nach vorne, sag ich mal. Ja, und auch der Weg nach vorne ist es anscheinend, noch einen Messenger zu haben. Und zwar jetzt nicht einen neuen Unbekannten, sondern Facebook. Beziehungsweise die Tochter von Facebook, Instagram, plant nun auch ihren eigenen, separaten Messenger. Und zwar Instagram Direct, was ja bereits in Instagram integriert ist, soll ausgegliedert werden. Und das Ganze paschiert teilweise schon heute. Also man kann sich schon eine App aus dem Google Play Store runterladen und hat dann einen eigenen Instagram Messenger. Ähnlich wie damals die Trennung von Facebook und dem Facebook Messenger. Ja, interessante Sache, wenn man sich dafür entscheidet, Instagram Direct als eigener Messenger zu installieren, dann geht Instagram Direct auch nur noch über den Messenger und wird entkoppelt von dem normalen Instagram-Account von einer Person. Schräge Sache. Und wenn man dann in Instagram Direct reingeht, sieht es komischerweise auch noch aus wie Snapchat. Also Instagram Direct startet dann direkt in der Kamera-App. Es gibt halt witzige Filter und Krimskrams. Ja, also ich bin da schon ehrlich verwirrt. Ich hätte auch nicht damit gerechnet. Und entweder macht ihr ein bisschen Umwege und installiert euch die App. Oder ihr seid eh schon in Chile, Israel, Italien, Portugal, Türkei oder Uruguay. Denn dort könnt ihr die Instagram Direct-App direkt runterladen und damit rumspielen. Ansonsten sage ich einfach mal, abwarten und Tee trinken, was daraus wird. Damals war auch ein Riesenaufschrei beim Facebook Messenger. Und mittlerweile hat der Messenger mehr Kunden denn je. Also warten wir es ab. Und das war es für heute und für diese Woche. Ich wünsche euch einen tollen Start ins Wochenende. Habt Spaß. Und ich hoffe, ihr hört am Montag wieder rein. Und bleibt uns treu. Ciao, ciao, der Achim. Hört mehr Geek Talk.